Soll ich die Aufnahme? Es läuft alles. Wir machen Multiplayer. Ich glaube, es ist besser, wenn du hostest. Ich bin auch mit dabei. Ja, der Fino ist auch irgendwie da. Und im Livestream und so alles. Bist du FFA? Was? FFA? Ich habe hier irgendwas gefunden. In der Lobby. Aber meine Version des Dings ist inkompatibel. Machst du mal einen Raum auf? Ich starte einfach mal das Spiel. Ach, du startest das Spiel jetzt. Ah, ja, natürlich. Eine halbe Stunde, nachdem ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, startet auch mal das Spiel. Ja, normal. So sieht man das gut. Man sieht, glaube ich, oben die Fensterleiste ganz minimal. Hier oben. Ich weise mal darauf hin. Wow, der Stream hängt gerade unglaublich hinterher. Ich streame zu langsam. Aber bei der Gelegenheit. Ich habe keinerlei verworfenen Frames. Und komme jetzt 2,7 Mbit permanent streamen. Während ich aufnehme. Wow. Während ich verlustfreien RGB aufnehme. Leck mich am Arsch. Wobei es wahrscheinlich noch besser lief, wenn ich Delfinius TPU hätte, die er mir bald mal schicken muss. Jetzt will er auch noch meinen TPU haben. Ich glaube, es geht los. Tja, du hast damit angefangen. Du bist schuld. Also, komm. Oh, ähm, jetzt habe ich hier... Jetzt habe ich hier 2. Ich habe einmal FFA und einmal Hilo. Und ich kann beide nicht joinen. Jetzt hauscht du endlich. Hoste, komm schon. Ich muss meine Firewall noch freigehen hier, ne? Eine Firewall. Die ist genauso nützlich wie die Firewall in Tiberian Sun. Schluckt Energie ohne Ende und bringt nichts. Kostet nur Geld. Nö, die ist kostenlos. Ja, das ist ja noch schlimmer. Geht immer noch nicht. Ach, komm schon. Du wirst wohl den eigenen Mod, den Raum aufbekommen. Schwierig, Sechs, ne? Schwierig. Ich habe ja 3 Spiele, die ich nicht joinen kann, weil die alle Versionen 3.1.2 haben. Die habe ich, glaube ich, auch installiert. Ich starte nochmal neu. Meine Damen und Herren. Ich meine, hallo, Dämon. Meine Damen und Herren. Ja, genau. Als ob diesen Scheiß hier irgendwann gucken würde. Aber ich nehme es auf. Und ich hoffe, dass die Aufnahme gut wird. Vielleicht soll ich... Okay, ich glaube, ich nehme meine Hauptprojekte. Das ist... Wobei, ich glaube... Also, wenn man eh keinen Fenstermodus... Empire Earth 1 soll ich mich nicht täuschen auch... Dämon kennt bestimmt die Einstellungen, Grafikeinstellungen von Empire Earth 1 auswendig. Er hat es ja mal gesehen. Deswegen würde ich das jetzt gleich sagen, ob ich das im Fenstermodus starten kann oder nicht. Guck doch mal, ob du mich findest. Okay, ich klicke mal auf Aktualisieren. Ich finde FFA und Hilo. Blockt bei mir vielleicht irgendwas? Ich bekomme auf jeden Fall keine Meldung. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich meinen eigenen Raum sehe. Nein. Nö. Siehst deinen eigenen Raum nicht. Warte mal. Habe ich überhaupt Verbindungen zu dir? Ich habe 73 Millisekunden. Zu mir habe ich 30. Mein Ping ist immer noch besser als deines. Geh nach Hause, Baby. Geh nach Hause. Ich habe nur eine 6K-Leitung. Das verlangst du. Ich habe vorhin gesehen, 80 MBit Upload. Also steht momentan zur Verfügung. Bedankt, ich habe das doch schon mal hingekriegt. Ach, Delphino kriegt es mal wieder nicht hin. Gib dir mal eine IP und dann gibst du mir mal eine. Ich würde lieber woanders joinen. Ich würde lieber woanders joinen. Gib dir erstmal die Tangle-IP. Ja, sag mal an, was ich auch ins Schreiben sehe. Du hast mir das jetzt hoffentlich nicht ins TS geschickt, oder? Doch. Ich dachte, du liest mir das jetzt vor. Teamspeak, so. Ist das besser? 7 Punkt. 64 Punkt. Punkt 64 Punkt. 25 Punkt. Punkt, ja. 74 Punkt. 74. Ja. Ich prüfe besser nochmal nach. Also 74. 75. Ja, passt, okay. Okay, jetzt steht das mal alles. Hey, hey, ich finde dich. Gut, connect dir mal. Hey. So. Alles ist gut. Alles ist gut. Das Spiel ist praktisch schon durchgespielt. Eben. Dann muss ich das mit der Lobby nochmal überarbeiten. Was? Dann muss ich das mit der Lobby nochmal überarbeiten. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wie wäre es, wenn du das einfach wegschmeißt und du vorne anfängst? Na ja, das dauert zu lange. Egal, wir sind breit. Wir sind ordentlich breit. Ich habe hier mal eine FFA-Karte, eine Team-FFA-Karte ausgesucht. Eine FFA? Was ich da entworfen habe. Fatale Fick anhanden im Moment. Das müsste ja F-A-F heißen. Okay, spielen wir wieder zusammen oder wie machen wir das? Ja, klar, klar, klar. Wir spielen zusammen. Ich tötere die... Achso, jetzt wechselst du die Karte. Kannst du doch alle ausmachen und wir spielen zusammen. Ich weiß nicht, ich traue deine KI nicht. Das letzte Mal hat die irgendwie die gesamte Karte vollgebaut. Ja, ich mache sie jetzt mal ein bisschen. Weniger schwach, ne? Ein bisschen weniger schwach. Also ich mache hier Bauzeit noch an. Ja, ja. Dreh die mal dieses Mal richtig auf. Nicht wie beim letzten Mal, wo sie uns überrannt hat und die ganze amte Karte voller Verteidigungsgebäude hat. Nein, nein, diesmal ist sie richtig, ne? Also. Na, das war ja noch die ganz alte Mod. Dieses Mal gewinnt sie, bevor wir Start drücken. Wie lange wird sie denn Bauzeit haben? Wie lange ist denn Maximum? 90 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so lange streamen will. Machen wir eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde mache ich noch. Machen wir eine halbe Stunde, ja. Okay, wir stellen fest. Wir können es aufnehmen, wenn man... Ich hoffe zumindest, dass es jetzt alles aufnimmt. Fenstermodus. Das ist das Wahre. Jetzt weiß ich endlich, wofür dieser Fenstermodus gut ist. Jahrelang habe ich mich gefragt, wofür ist in Spielen der Fenstermodus gut? Jetzt weiß ich es endlich. Damit man streamen kann. Ja, scheiß die Wand an. Rett dich, Mann. Rett dich. Ich habe Folk of War ausgemacht. Scheiße. Super, hast du Teams eingestellt? Ja, das habe ich gemacht. So, jetzt steht das Spiel erstmal. Ich hoffe, das macht nichts in der Aufnahme. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Da sieht man, wie ist gleich die ganze Karte. Ist ja vielleicht auch nicht gut. Nicht schlecht. Auch nicht gut. Oh, das ist ganz schlecht. Ich sehe, was das Problem ist. Ich kann nicht gescheit nach oben scrollen. Links, rechts, unten geht, aber oben nicht. Kann man Fenster so was schieben, dass es perfekt ausgerichtet ist? So, gut. Einen Pipa Power Generator hätte ich gerne. Und ein Öl, die weißes Dingens. So, Hockey ist gelb, ne? Ich bin schwarz. Wie, ich bin gelb? Ach richtig, ich habe die Farbe nicht geändert. Du willst doch bestimmt wieder rot nehmen. Entweder das oder rosa. Roster. Oder frei braun. Was wollte ich braun nehmen? Na, rosa hat der Feind schon. Das geht nicht. Braun! Moment, ich bin braun. Ne, ich bin nicht braun. Ja. Ich glaube, ich will noch ein paar Kraftwerke bauen. Ich glaube, ich will ihn ein bisschen auseinander bauen. Läuft doch schon mal ganz gut. Erstmal. Ich bin doch schon mal glatt gelogen. Wir haben schon fast gewohnt. Ja, das Stream geht fast schon los, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das aufgenommen bekomme. Spellforce weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das... Wow, ich habe immer noch 40 Frames, obwohl ich streame und gleichzeitig hier aufnehme verlustfrei. In RGB, baby. In RGB. Ja, du hast ja auch einen besseren Rechner, ne? Hä? Du hast ja einen besseren CPU jetzt, ne? Nein. Als das letzte Mal, meine ich. Ja, gut, das ist ja auch schon... Wow, damals gab es doch gar keine Quad-Cores, als ich das letzte Mal gestreamt habe. Doch, gab es auch schon. Ne, ne, ich glaube, das Beste war da irgendwie so 200 MHz Pentium. Damals, der Pentibomb war da gerade neu draußen, als ich das erste Mal gestreamt habe. War es nicht der Amiga, der gerade rauskam? Ich meine, der C64 wäre es gewesen. Puffert am laufenden Band. Das kann ich dafür, wenn dein Internet scheiße ist. Oder benutzt Livestreamer. Livestreamer ist ein cooles Programm. Da kannst du es dir dann über den Media Player anschauen. Kann ich nur empfehlen. So, ich möchte eine Research Facility bauen. Besser ein paar mehr. Guckst du noch näher, oder? Ne, ich mache es jetzt mal aus. Das ist, glaube ich, besser. Ich habe es mal auf Stop gestellt. Weil dann haben wir zueinander eine bessere Verbindung. Nein. Ich gucke mal kurz, ob irgendwie... Also ich habe keine verworfenen Frames. Streamen permanent mit 25 Frames und knapp 3 Mbit. Also 2, es geht ständig von 2,76 auf 2,9 irgendwas hoch. Wo es das nicht tun sollte, so... Was möchte ich denn als erstes erforschen? Command Relay Post. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, man merkt es. Ja. Du musst dir ein alter Brunnenstrategie spielen. Du wirst das schon wieder hinkriegen. Und sonst fragst du mich, wenn du das nicht weißt. Verstehe ich nicht. So Factory will ich, glaube ich, bauen. Da oben ist noch mehr Öl, falls du noch was brauchst. Ach so? Ist allerdings im Wasser. Du musst jetzt mal hoch erforschen. Wasser? Was soll der? Was? Ach, du bist auch da! Sehe ich jetzt erst. Ich spiele auch mit. Ja, aber so nah mag ich jetzt erst so. Ja, ist Team FFA. Ist eine Team FFA-Karte. Steht unten links übrigens. Ich kann doch nicht lesen. Will ich eine Wand bauen? Ja, ich will eine Wand bauen, so. Ich möchte eine bessere Engine bauen, natürlich. Ich möchte Port Rockets bauen. Ja, ich möchte... Ich möchte ein Bordell bauen. Warum kann ich keine Bordells bauen? Das ist keine GTA-Mod. Das Beste baut er wieder nicht ein, verstehst du? Oh, ich baue nochmal nicht weiter drüber. Vielleicht willst du auch noch ein bisschen Platz haben. Ich baue mal einen Sensorturm. Der bringt es bestimmt voll. Na ja. Ist ganz gut für Arzellerie nachher. Bis wir die haben... Oh Gott, das dauert ja noch. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Nein, nein, wir nicht. Wir müssen uns beeilen, schnell. So, gut. Ich möchte bauen. Ich glaube, ich möchte noch eine Research Facility bauen. Ja, dann kannst du noch eine bauen und dann geht es nicht mehr. War das vorhin bei dir gepuffert eben, bevor du es beendet hast? Nein, da liegt es. Bei dir nicht? Nö. Also, ich habe auch nur ganz kurz gepuffert. Okay. Kann natürlich sein, dass ich gerade da geguckt habe, bevor es nicht gepuffert hat. Ich finde, du beschwert es dir die ganze Zeit. Das ist natürlich mal richtiges Internet holen. Oh, das Spiel muss ich auch nochmal irgendwann let's playen. Ich finde die Qualität scheiße. Und 10C1 auch nochmal. Ich überlege, ob ich alle 10C-Videos von allen 10Cs, außer von Reinegate, zu einer einzigen Playlist zusätzlich noch anbieten soll. Also alle einzeln und dann als eine einzige riesige Playlist. So alle Teile hintereinander dann quasi. Ja, ja, ja. Was kann ich jetzt Neues bauen? Also, Pottrocke. Irgendwas. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen Forschung einleiten. Musste man die Erweiterung anbauen, oder wo ging das alleine? Es ging alleine, oder? Ähm, du musstest es schon ausbauen, ja. Okay. Aber im Moment können wir es noch nie ausbauen. Was ist das? Moment, das ist... Ha, tu vielleicht nicht. Jetzt geht's, ja. Ich hab's gerade erforscht. Wieso, du? Haupt, das blüge doch nicht. Wie ich das gemacht habe. Nein, das hab ich gemacht. So. Power Resources? Was? Wir haben Soßen gefunden. Das brauchen wir bloß noch im Braten. So. Äh, Motor. Motor ist immer gut. Neu, größeren Motor. Ich muss aber auch an die Energie achten. Weißt du, was da fehlt als Hintergrundgeräusch? Was denn? Laser Satellit feuert. Ja. Ist ja doch cool. Kannst den Laser Satelliten erforschen und dann feuern. Dann bekommst du den Sound. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Ne, die ganze Zeit nicht. Was soll ich denn mit Maschinen-Gang-Bang? Alle fünf Minuten kannst du ihn feuern. Was? Das war im Spiel aber nicht so. Da kann ich mich deutlich dran erinnern, dass das da anders lief. Ja, im Multiplayer läuft das ein bisschen anders, ne? Deswegen ist Multiplayer langweilig. Ich will auch kein Schwein spielen. Aber der ist nicht so stark, von daher bringt der nicht so viel. Ach, irgendwie will ich mal... Kann doch gar nicht weiter ausbauen, ne? Sollte man mal erforschen. Man kann so ein paar Minen forschen, ne? Und dann bauen. Musst du aber aufpassen, da kannst du auch selber reinfahren. Bei Earth 250 finde ich die Minen cool. Da kannst du so technisch Dings machen. Die Minen reagieren auf deine eigenen Einheiten nicht. Finde ich cool. Weil das sind so... Die so Computersignal irgendwas senden. Also im Spiel wird das so erklärt. Das ist auch cool. Das ist gut, ja. Wenn ich mich richtig erinnere. So, ich habe Energiemodule erforscht. Aber es wird dir angezeigt, wo du die Minen platziert hast, damit du es nicht vergisst. Factory-Module hätte ich gerne. Hallo? Es wird dir aber nicht deinen Teamkameraden angezeigt, also von daher... Was? Die Minen? Wenn du Minen legst, dann siehst du zwar, wo deine Minen sind. Gut, dass du mir das sagst. Das ist sehr gut. Ja. Ich will jetzt mal ein paar Minen hier legen. Am besten meine Basis rein. Ja, das habe ich noch nicht hingekriegt, dass das alle sehen. Also alle im Team sehen. Hast du überhaupt nichts drauf? Das ist ja schwierig. Jetzt hast du auch wieder gar nichts drauf. Stimmt der Chat mir zu? Also, wer ist denn noch im Chat? Keine. Doch, PhilbertDev32 und Delphine aus dem Chat. Dermon ist gegangen. No, ist ihm zu langweilig. Ne, ich glaube, der hat einfach nur Probleme mit seinem Internet. Das beschwert sich auch dauernd. Oh, das ist scheiße, weil... Mein Internetanbieter es nicht auf die Reihe bringt, das gut zu machen, weil da irgendwas kaputt ist irgendwo. Keine Ahnung. So, ich hätte gerne große, dicke Raketen. Potrockets klingt doch schon mal gut. Und... Reparaturfabrik. Oh, mein guter alter Freund, die Reparaturfabrik? Ja, bist du Fan von, ne? Ach Gott. Bist du ja auch in der Kampagne, ist das ja auch sehr sinnvoll. Factory... Oh, das sind mal die Fabrik auf. Ich müsste irgendwo was... Oh, du fängst auch schon mit Aufrüsten an, hm? So ein bisschen, ne? Puffert ihm zu viel. Zu viel Puffreis. Zum Glück überhaupt nicht viel zum Erforschen. Silberdef stimmt mir zu. Ich habe zwar keine Ahnung, wo mir zustimmt, aber... Es hat bestimmt schon... Seine Richtigkeit und... Oh, ich liebe Spiele, wo ich so viel erforschen kann. Komm, hier. So, ich gehe mal ganz kurz rausgucken. Das sollte für die Aufnahme kein Problem sein. Alter, keine verworfenen Frames. Nicht so wie beim letzten Mal. Wo er irgendwie 90% aller Frames weggeworfen hat. Letzte Mal war doll, ne? So, was kann man denn noch erforschen? Oh ja, mehr Fabrik. Mehr Panzerung. Oh, Panzerung. Toll. Der Stream lohnt sich voll. Also, muss ich schon sagen. Schon der Wahnsinn. Muss ich mal gucken, ob ich alles... Jetzt darf ich nur noch Spiele let's playen, die in Fenstermodus gehen? Ja, wenn es daran liegt, ja. Also, in Fenstermodus... Er nimmt den Monitor auf und das Spiel scheint er auch aufzunehmen. Das weiß ich natürlich erst hinterher. Das ist bei diesem Spiel so. Das muss ja nicht überall so sein. Ich vermute es aber mal. Ich hoffe es einfach mal so. Ich baue mal eine Cyborg-Kabrik. Ich baue zwar nicht Cyborgs, aber... Einfach mal, um es gebaut zu haben, ne? Um so mal...